Hallo und Herzlich Willkommen bei Wettdokjembo. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel gemacht. Merch Dragons. Ich habe mir das Spiel schon heruntergeladen. Jetzt nur noch warten. Also meine Account habe ich auch gefunden. Und da sind wir auch schon. Gut. Dann ja. Gehen wir als erstes mal hier in unser Camp rein. Und schauen wir mal was wir da so machen können. Ähm, ja. Eine Truhe schon. Ne, das wollen wir nicht. Ein Stern. Oh, schön. Hm. Hmm. Vielen Dank. Dann geht's weiter mit den Blumen. Und das war's dann auch schon wieder. Da ist noch was. 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 Ich glaube hier kann ich jetzt gerade nichts mehr machen. Und auch die Herzen benutzen. Da ist noch was. 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 Okay. Okay. Was ist noch was. Da 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 ist noch was. Was ist noch was. Da 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 ist noch was. Untertitelung des ZDF, 2020 Super Okay Okay Was habe ich denn hier? Was haben wir hier? Steinvorräte? Ein winziges Drachenheim Den kann ich mir nicht holen Genau, ich habe nämlich kein Gold mehr Kommen wir das hier Wenn sie wieder wach werden Oh, das war der Feier Genau, wir sind da jetzt mal gekommen Oh, das geht aber noch Bis Level 18 Oder bis Wunder Level 17 und dann Wunder Hm Jetzt mal meinst du ich? Ich habe hier nichts, was ich jetzt noch machen könnte Ein 38 Sekunden 38 Sekunden Das war's Was heißt das? Was ist das? Ja, wir sind da Ein Schuss Ein Bläh, schaffrinnig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm... ... 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 Ich denke mal, das war es dann schon wieder für heute, war nicht viel gewesen, aber naja. Dann wende ich mal das Spiel und sage, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.